Das heutige Horoskop, Fische, 19. Oktober 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Juno, ein Asteroidtief in unserer Sonne, ist in eine neue Ecke des Himmels aufgestiegen. Juno hat eine ähnliche Schwingung wie der Planet Venus und zeigt uns wichtige Aspekte im Zusammenhang mit persönlicher Macht und Heiratspotenzial. Wenn sie sich in die Jungfrau wagt, wird der Schwerpunkt stärker auf Häuslichkeit und Vertrauen in Ehe und Partnerschaft liegen. Der Respekt vor der eigenen Treue und seinen Verpflichtungen wird von größter Bedeutung sein, da jede Person mehr Respekt und eine fürsorgliche Berührung benötigt. Auf kollektiver Ebene hungern wir möglicherweise auch nach einem häuslicheren Lebensgefühl, da wir uns mit vielen Menschen umgeben, die uns verehren. Konzentrieren Sie sich darauf, dies zu würdigen. Platz einnehmen Als veränderliches Zeichen fällt es Ihnen möglicherweise schwer, im Rampenlicht zu stehen und sich die Zeit zu gönnen, zu glänzen. Aber dieses Zögern könnte nachlassen, wenn der Mond heute in den großen und verantwortlichen Schützen eintritt. Die Mondenergie könnte Ihren beruflichen Ruf und Status steigern und Sie möglicherweise ins Rampenlicht rücken. Sie könnten mehr Lob für Ihre harte Arbeit, Ihren beruflichen Beitrag und Ihre Erfolge erhalten. Diese Aufmerksamkeit könnte jedoch außerhalb Ihrer Komfortzone liegen. Gönnen Sie sich etwas Spaß mit dieser Wertschätzung, wenn der Mond in Ihrem Zeichen im Quadrat zum rückläufigen Saturn steht. Mitten in der letzten vollen Woche der Sonne in Ihrem Finanzsektor und kurz nach dem verfinsternden Neumond am Wochenende erreicht sein Zusammenstoß mit dem Zwergplaneten Eris, der Kriegerprinzessin des Kosmos in Ihrem Einkommenssektor, seinen Höhepunkt. Dies ist eine jährliche Veranstaltung, aber dieses Jahr gibt es auf beiden Seiten der finanziellen Grenze viel mehr Energie und Potenzial und jede finanzielle Spannung, die dadurch entstehen könnte, kann leicht in Motivation umgewandelt werden. Vertrauen Sie im Zweifelsfall, wenn Sie sich aus der Tür drängen, um Sport zu treiben. Sie müssen keine olympische Variante irgendeiner Übung absolvieren, machen Sie einfach jeden Tag ein wenig. Sie werden besser schlafen und sich rundum besser fühlen, wenn Sie sich jeden Tag ein wenig bewegen. Schließlich ist es das, was Ihr Körper verdient. Eine weitere Form der Wertschätzung, die Sie Ihrem Körper zeigen können, besteht darin, jeden Tag mindestens acht bis zehn Gläser Wasser zu trinken. Sie werden bekommen, was Sie wollen und was Sie fürchten. Dies wird ein Tag der Erkenntnis sein, insbesondere in Ihrem Privatleben. Sie werden Ihrer Familie und Ihrem Ehepartner gegenüber aufgeschlossener sein. Aber seien Sie vorsichtig. Wenn die Dinge heute in Bewegung sind, achten Sie darauf, dass Sie nicht in eine schlechte Richtung gehen. Ihre Beziehungen zu denen, die Ihnen nahe stehen, könnten sich verschlechtern. Es müssen nicht unbedingt alle auf einer Wellenlänge sein wie Sie. Während der Mond alle vier Wochen zu einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops zurückkehrt, wird dieses Mal selbst die neue Arbeitswoche Schwierigkeiten haben, mitzuhalten, da sie zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder mit dem Mars zusammentrifft, dem Kriegerplaneten des Kosmos. Eine Woche bevor die Sonne die Sonne auf die abenteuerliche Seite des Lebenszons lenken wird, verstärken die heutigen abenteuerlichen Mondvibrationen die neue Leidenschaft des Mars für Abenteuer, die sich noch erwärmt. Da für Sie auch beruflich wichtige Tage bevorstehen, wird die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben immer wichtiger. Wenn sich morgen der Asteroid Juno, die Königin des Engagements und insbesondere des Engagements für ihre Beziehungen, Venus, dem Planeten der Liebe, in ihrem Beziehungsbereich anschließt, wird es nicht der typische zweimonatige Besuch sein, den sie alle vier Jahre macht. Sobald Juno hier ist, wird sie erst im August 2024 abreisen, und da sie hier ihren letzten vollen Tag allein verbringt, nutzt Venus dies, um heute mehr darüber zu sprechen, dass sie den Mut hat, an das zu glauben, was möglich ist. Täglicher Planetenüberblick Der Übergang des Mondes vom Skorpion zum Schützen signaliert eine Veränderung in unserer emotionalen Landschaft. Bevor dieser astrologische Schritt vollzogen wird, bildet der Mond bedeutende Aspekte mit dem Rittograden Neptun und Pluto. Dieser himmlische Tanz ermutigt uns, tief in unsere Gefühle einzutauchen und sie offen auszudrücken, und bereitet so die Bühne für gesteigerte Emotionen am Morgen und am frühen Nachmittag. Wenn Sie in dieser Zeit das erleben, was manche als psychische Downloads aus dem Universum bezeichnen, achten Sie genau auf die Informationen, die Ihnen offenbart werden. Es birgt das Potenzial, Ihre zukünftigen Unternehmungen erheblich zu beeinflussen und zu nutzen. Mit einer zielorientierten Denkweise gehen Sie Situationen mit einem kreativen Gespür an, das Sie auszeichnet. Selbst langfristige Projekte, die Sie mit Hingabe und Fleiß durchführen, werden von anderen geschätzt, die Ihre außergewöhnliche Fähigkeit anerkennen, den wohlverdienten Erfolg zu erzielen. Die zusätzliche Energie, die Sie besitzen, ist ein wertvolles Gut, und Sie kanalisieren Sie mit Bedacht in verschiedene Aspekte Ihres Lebens. Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass Sie sich in der Gegenwart anderer manchmal etwas unwohl fühlen und Freunde als potenzielle Rivalen betrachten. Dieses Unbehagen kann zu lauten, aggressiven Auseinandersetzungen führen. Es ist jedoch wichtig, Menschen mit mehr Respekt als sonst zu behandeln und keinen Schaden anzurichten, nur weil man sich innerlich unwohl fühlt. Widerstehen Sie dem Drang, aus Frustration impulsive Käufe zu tätigen, es sei denn, es handelt sich dabei um kleine Genüsse, die Sie bequem genießen und dann wieder wegwerfen können. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie erhebliche finanzielle Verpflichtungen in Betracht ziehen, und stellen Sie sicher, dass diese unbedingt erforderlich sind. Wenn Sie fortfahren müssen, gehen Sie diese Entscheidungen mit einer klaren und wohlüberlegten Strategie an, um potenzielle Risiken zu minimieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die himmlischen Energien dazu raten, in dieser einzigartigen astrologischen Zeit Ihre Kreativität zu nutzen, mit Ihren Emotionen umzugehen und sowohl im zwischenmenschlichen Umgang als auch in finanziellen Angelegenheiten Respekt und Besonnenheit zu üben. Himmel für heute Bevor der Mond seinen ersten Besuch in Ihrem Finanzsektor seit der Rückkehr des Mars letzte Woche abschließt, muss er noch einen letzten kosmischen Akt ausführen. Es wird einen harmonischen Aspekt mit dem verträumten Neptun bilden, der sich im intuitiven und fantasievollen Bereich Ihres Horoskops befindet. Diese himmlische Verbindung folgt den jüngsten Kollisionen des Mondes mit beiden Planeten in Ihrem Einkommensbereich, die erst gestern stattfanden. Interessanterweise hat diese Ausrichtung die Kraft, frühere finanzielle Spannungen in eine Quelle der Motivation zu verwandeln und gleichzeitig Ihr finanzielles Selbstvertrauen zu stärken und Ihre Fantasie anzuregen. Auch wenn der Asteroid Juno ein relativ kleiner Akteur in der kosmischen Arena ist, markiert Ihr heutiger Abschied aus Ihrem Einkommenssektor einen bedeutenden Meilenstein auf Ihrer finanziellen Reise in diesem Jahr. Fünf Monate sind seit der Rückkehr des Mars vergangen und es sind neun Tage vergangen, seit Venus, der Planet des Geldes, Ihren epischen viermonatigen Besuch beendet hat. Da die Königin des Engagements heute Abschied nimmt, beendet sie praktisch alle Aktivitäten auf der Einkommensseite des Planeten für das Jahr. Dieser Weggang bedeutet jedoch kein Ende, sondern vielmehr eine Fortsetzung Ihrer finanziellen Dynamik und Entschlossenheit. In diesem Moment fühlt es sich so an, als ob Ihnen nichts mehr im Weg stehen kann und alle Ihre Bemühungen von Erfolg gekrönt sind. Dieser Siegeszug erstreckt sich auch auf Ihre finanziellen Angelegenheiten, sodass Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen. Wenn Sie über zusätzliches Bargeld verfügen, ist dies ein günstiger Zeitpunkt, über Investitionen nachzudenken. Auf diese Weise können Sie optimistisch in die Zukunft blicken und wissen, dass Ihre Investitionen wahrscheinlich fruchtbare Renditen abwerfen werden. Dies ist eine Zeit der finanziellen Stärkung und vielversprechende Aussichten, die es Ihnen ermöglichen, eine erfolgreiche Zukunft zu planen.